Genau. Und dann aber, und das habe ich auch von vielen Männern gehört, dann explodieren sie mal und dann, was weiß ich, werfen sie was gegen die Wand oder sind irgendwie in irgendeiner Form von Krise in ihrem Leben und hätten fast ihre Familie verlassen oder, 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 oder verlassen ihre Familie oder sonst etwas. Und dann, wenn diese Erfahrungen nicht als positiv abgespeichert werden und in vielen Fällen sind sie ja nicht angenehm, weil dann bin ich besoffen oder habe einen cholerischen Anfall oder beleidige jemanden, den ich nicht beleidigen wollte, dann speichere ich diese Erfahrung von Explosion vom Dampfkochtopf ab als, also muss der Dampfkochtopf noch mehr verschlossen werden. Da muss noch mehr der Druck innen behalten werden, statt nein, da ist offenbar ganz viel Druck angewachsen, den wir jetzt mal gesünder jeden Tag rauslassen sollten und ich würde jedem, sorry, ich würde wirklich, egal ob du eine tolle Kindheit hattest oder nicht, egal ob du einen tollen Papa hattest oder nicht und viele hatten den nicht, ich würde jedem Mann in dieser Kultur empfehlen, jeden Morgen als energetische Psychohygiene einfach erstmal einen Wutanfall zu haben. Das kann man einrichten, mit einem Boxsack, mit einem Handtuch, mit dem man irgendwie auf dem Bett trischt oder sonst etwas. Man kann einrichten mit einer gewissen körperlichen Technik, wirklich diese, davon auszugehen, dass man wütend ist. Weil jeder liebe kleine Junge ist eigentlich innerlich total wütend, das kann gar nicht anders sein. Ist das dann, das wäre praktisch so ein erster kleiner Schritt, auch mit seiner unterdrückten Energie und mit seiner unterdrückten Wut wieder in Kontakt zu kommen? Ja, und es ist tatsächlich, es ist nicht nur so der Highway, um mit der eigenen Wut wieder in Kontakt zu kommen, sondern sozusagen mit der gesamten Lebensenergie. Wenn wir mit den Gefühlen in Kontakt kommen oder mit den Energien in Kontakt kommen, die in dieser Kultur am meisten verteufelt werden, dann haben wir am meisten Aha-Erlebnis. Es ist sowas wie, wir gehen in das tiefste Tabu zuerst rein und im tiefsten Tabu machen wir am schnellsten Licht an und dann, klar, da kriegen wir Sachen raus, die kriegen wir nie öffentlich auf dem Marktplatz verkauft. Das ist ein Geheimnis, das darfst du gar nicht wissen und jetzt weiß ich es aber doch. Und deswegen, wenn wir uns männliche Wut anschauen, jeden Morgen oder in einer gesunden, neuen, heilsamen Weise männliche Sexualität, ich würde sagen, männliche Wut und männliche Sexualität sind die beiden tabuisiertesten Energien auf diesem Planeten. Also würde ich sagen, Jungs, beschäftigt euch damit. Und auf eine Art müssen wir sagen, wenn Männer das nicht machen in einer bewussten Weise, in der sie sich selber feiern und genießen und ihr Leben als Mann voller Ekstase genießen, genau wie du es ja auch sagst, wenn sie es nicht bewusst machen, dann passiert es unbewusst. Die umsatzstärksten Branchen der Welt leben von unterdrückter männlicher Sexualität, Pornografie und Prostitution. Und es sind immer noch mehr Männer an Kriegen beteiligt als Frauen. Es sind immer noch mehr Männer in der Politik von den Ländern, die gerade Krieg führen. Also es ist einfach so, Männer beschäftigen sich ohnehin mit Wut und mit Sex. Und zwar aus guten Gründen. Sie müssen sich mit Wut und mit Sex beschäftigen. Aber wenn sie es tun, wenn sozusagen die eine Hälfte der Männer sagt, das dürfen wir nicht tun, wir müssen uns davon weghalten, dann rutscht die andere Hälfte in diesem kollektiven männlichen Nervensystem in den Schattenbereich. Und dann kommt das Ganze hoch als Krieg und als sexuelles Missverständnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017